Und 1977, wenn man da an Computer denkt, war das noch die Zeit, wo ein Rechner irgendwie so groß war wie in ein paar Räume? Ja, das war ein riesiger Raum. Wir hatten die BESM-6, das war ein russischer Rechner, also eigentlich ein Raketenrechner. Der hatte also weder eine ordentliche Eingabe noch eine ordentliche Ausgabe und konnte aber schnell rechnen. Und da hatten wir dann als Eingabe eine Siemens-Lochkarten, ging ja alles noch über Lochkarten, über Lochkarteneingabe von der Siemens und dann eben die Magnetbänder, eben Magnetbandgeräte, die waren, glaube ich, von Robotron. Das war unsere eigene Computerfirma. Und was wurde da gerechnet, um das mal für die Laien sozusagen verständlich zu machen? Also wir haben in der Hauptsache gerechnet, die Kernkraftwerksicherheit. Moorsleben war bei uns das Endlager und das wurde bei uns im Institut modelliert und berechnet. Okay. Das sollten eben auch in die Salzstöcke und da wurde dann berechnet, wenn da Wasser eindringt, was da passiert. Solche Modellierung hatten wir in der Abteilung. Dann hatten wir auch eine Abteilung Mikroelektronik, die die Kippenhöhe bei den großen Braunkohlebackern, bei dem Absetzen des Abraums, da haben die immer die Kippenhöhe gemessen, damit das dann versetzt wurde, damit das nicht so dann so höher unten verfüllt wurde, sondern einigermaßen gleichmäßig. Das haben unsere, unsere Abteilung hat das berechnet. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Ach so, ja, die Elektroenergienetze, die Lastflussberechnung für die ganze DDR. Die was? Die Lastflussberechnung. Also wie die Ströme fließen müssen. Wir hatten ja Verbundnetze überall. Bei uns gab es ja nur Ringleitungen und kaum mal eine Stichleitung, sodass das also immer gesichert war. Und diese Lastflussrechnung, das wurde auch bei uns gemacht. Und wie war das? Hatten Sie sich sozusagen in der Zeit, wo Sie da beim Teubender Verlag, Lektorin waren Sie, ne? Lektorin war ich, ja. Hatten Sie sich da qualifiziert dafür, für diese Arbeiten? Oder war das so, Sie kamen dahin zu diesem Institut für Energetik und mussten da auch erstmal einen Crashkurs machen? Weil das ist ja, ich meine, heutzutage kennt sich jeder ein bisschen mit dem Computer aus und so, oder? Aber das ist ja eine ganz andere Welt gewesen, oder? Ja, ja, schon. Ja, ich konnte ja noch nicht programmieren. Und in dem Urlaub, wo ich dann wusste, bin ich dann Fachgebissleiterin dort geworden, in der Projektbetreuung. Und da habe ich mir den ganzen Urlaub um die Ohren geschlagen, indem ich programmieren gelernt habe mit Vortran, mit DL1. Das ist eine Programmiersprache? Das ist eine Programmiersprache damals gewesen, ja. Ja, und ansonsten gab es dann immer mal Robotron, hier Weiterbildungskurse. Das war aber üblich, dass die Leute aus dem Rechenzentrum immer mal zu Kursen gehen mussten und sich da weiterentwickelt haben. Und wie ist das? Und das Spannende war, wir kriegten dann einen schnellen Rechner, einen ganz schnellen, geheimen Rechner, der mit Wasser gekühlt wurde. Und es durfte niemand wissen, dass das eine IBM 370 ist. Aber da hieß das eben der Wasserrechner oder der Nebelrechner oder irgend so etwas. Ja, und der fiel natürlich nicht so oft aus wie der Robotron-Rechner. Der rechnete durch und viel schneller. Da habe ich schon gedacht, ob wir den jemals auslasten. Aber wir haben eben auch für Kunden gerechnet aus Rossendorf, die da auch so Modellrechnungen gemachten. Und der Kunde war ganz entgeistert, als er zu uns kam, die Rechnung war noch nicht abgebrochen. Da war die Rechnung 24 Stunden durchgelaufen. Und da kamen natürlich jetzt auch die Ergebnisse raus. Die mussten ja nicht immer wieder ansetzen, sondern der rechnete bis zum Ende durch. Und da kam zum Beispiel beim Moorsleben raus, dass die Radioaktivität eben nicht in der konzentrierten Salzlösung unten bleibt, sondern dass die durch die braunische Molekularbewegung eben zeitig nach oben steigt. Und dass es eben keineswegs geht, dass man das eben bloß da reinschüttet. Das muss also echt gedeckelt werden oder so. Und was ist dann daraus? Wurden daraus Konsequenzen gezogen aus diesen Ergebnissen? Naja, die wurden ja nicht bei uns, die technische Lösung wurde ja nicht bei uns gemacht. Bloß wir haben das natürlich dann weitergegeben. Also man hätte, wenn man Moorsleben weiter dafür verwendet hätte, dann hätte man da schon was machen müssen. Aber es wurde gar nicht? Naja, da kam ja dann die Wende kurz danach. Erzählen Sie doch mal von dieser Wundermaschine. Also das war eine IBM, das war ja ein Westrechner. Ja, der war im Westen als Schrott erklärt worden und dann auf geheimnisvollen Wegen bei uns mitten in der Nacht angeliefert worden. Und da durften nur Leute ran, die keine Westverwandtschaft hatten oder keine Westverwandtschaft-Kontakte pflegten. Sagen wir mal, ich hatte ja auch einen Cousin drüben. Weil das im Westen gar keiner wissen sollte? Ja, das war ja immer so. Wer irgendwie an wichtigen Dingen, der durfte keine West-Kontakte haben. Der durfte nicht nach drüben fahren, durfte keine Leute empfangen. Naja, so war das halt. Und wer hat ihn denn besorgt, diesen Rechner? Ich vermute, der Schalt-Golkowski. Denn zumindestens haben wir über diese Musikfachschule MFS, und das ist der im Verstaatssicherheit, über die haben wir immer die Ersatzteile bestellen dürfen. Da hieß es dann immer, was braucht ihr, was ist nötig und die Musikfachschule kommt. Und da wurden dann die Ersatzteile gemacht. Aber die Ursache, das war eigentlich gewesen, wir wollten wieder so eine Bessim 6 haben oder eine Nachentwicklung oder so. Einen schnellen Rechner brauchten wir jedenfalls. Und das war ein DDR-Fabrikat? Nein, das war ein russisches. Und die Russen haben uns aber nicht geliefert. Und der Westen hat uns laut Embargo-Liste auch nicht geliefert. Und da ist das eben auf diese heimliche Art und Weise gemacht worden. Musste ja eigentlich. Man kann ja nicht die Kernkraftwerke ohne schnelle Überwachung lassen. Und meinen Sie, das war sozusagen, wusste IBM davon? Das weiß ich nicht. Oder war das irgendwo anders anderweitig geworden? Das weiß ich nicht. Das muss irgendwo anders gelaufen sein schon. Und die haben ja durch den Neupreis gerechnet. Und unsere Techniker, der hat ja auch geflucht. Die haben ja auch Magnetband mitgeliefert. Magnetbandgeräte, die waren verdreckt. Und die müssen schon ewig eingelagert gewesen sein zum Neupreis in die Wiesen. Das reißt ein ganz schön... Ja, wir haben es ja nicht bezahlen müssen. Und durften Sie da auch ran an diese IBM-Maschinen? Ja, ich bin dann dort bei den Systemprogrammierern mitgelandet. Und habe dann dort die Kunden mitbetreut. Es musste ja eingerichtet werden, wenn so ein Kunde an den Rechner wollte. Dann musste der bestimmte Befugnisse eingeräumt kriegen. Und dann kamen ja auch Bildschirme mit, wo der Rechner über die Bildschirme bedient wurde. Das war neu, das gab es anfangs noch gar nicht, so Bildschirme. Ja, vorher nicht. Also gab es nur den Bedienbildschirm in dem großen Rechnerraum von der Bessem. Wo die Bediener dran standen und da wurde eben der Magnetbänder angefordert oder freigegeben. Da mussten die rennen und das aushängen und neue einhängen und Drucker anwerfen. Ja, und das war natürlich ein großer Fortschritt bei uns im Rechenzentrum dieser Rechner. Weil eben diese Modellierungen so langwierig sind und durchgerechnet werden müssen. Ja, und dann haben wir noch für das Ministerium selber gearbeitet. So, denn ihre Programme für die Kennziffern, Summation, so, wenn die ihre Pläne gemacht haben. Und mit Ministerium meinen Sie jetzt das MFS oder ein anderes? Nee, Kohle, Energie. Also wir haben beim Ministerium Kohle, Energie angelagert mit unserem Institut für Energetik. Und da haben Sie auch mal was ganz so Skurriles erlebt. Ja, ich habe dann für die programmiert. Also vorher schon, eh der schnelle Rechner kam. Und da kam immer eine Dame unten her aus Berlin und haben dann das mit mir durchgesprochen. Und die wollten aber unbedingt, dass die Ergebnisleiste von außen nochmal eingegeben wurde. Das ist also total unüblich, wenn man mit dem Rechner summiert, mit dem Programm, dass man dann diese Summe verändern kann per Hand. Also der Rechner hat irgendwas ausgerechnet, aber man kann bei dem Spalte Ergebnis oder bei der Leiste nochmal neu was anfangen. Aber man konnte das Ergebnis ändern per Hand. Ja, das wollten die unbedingt. Und da hat mir dann die Dame gesagt, dass sie das als sehr kritisch einschätzt, dass, das war ihr Vorgesetzter, dass der das so macht. Und das käme sicher irgendwann mal raus. Und die haben das aus dem Grunde gemacht. Das war ein Programm, das rechnete diese ganzen Kennziffern, diese Plankennziffern über die einzelnen Bezirke aus. Dresden, Leipzig, Chemnitz zum Beispiel in Sachsen waren einzelne Bezirke. Und da wurden dann die Kennziffern dann nochmal speziell ausgerechnet. Und das musste unter dem Strich, musste dann irgendwie was Positives rauskommen. Bei jedem Bezirk. Da mussten irgendwelche Planungen erfüllt werden. Ja, ja, ja. Und das haut er natürlich nicht hin. Und dann mussten die seitenweise Papier verfassen, warum das nicht hinhaut. Und dann hat er eben den bequemeren Weg gewählt und hat einfach die Summe etwas verändert. Und es ist natürlich niemand auf die Idee gekommen, dass im Rechenprogramm falsche Summenwerte auf. Der hat sich nicht die Mühe gemacht, da irgendwie die anderen Zahlen zu ändern. Der hat nur das Ergebnis. Und dann ging es um irgendwelche Wirtschaftsleistung oder was wurden da für Sachen summiert? Zum Beispiel Export, Import, dann was weiß ich, irgendwelche Materialien. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Es waren jedenfalls x Kennziffern. Und danach wurde eben geplant. Und Sie haben das ändern, geändert und dann waren Sie zufrieden? Ja, das haben sich geändert und die haben das dann behandelt, eingegeben, wie auch immer. Und was dachten Sie dann so? Also das sagte ja auch irgendwas vielleicht über den Zustand der Planwirtschaft, oder? Natürlich, das haben wir ja sowieso schon gemerkt. Wenn wir die Ersatzteile nicht bekommen haben. Mal gab es keine Farbbänder für die Drucker. Nee, wo waren denn die Farbbänder beim Lochern? Irgendwann gab es mal keine Farbbänder. Das war furchtbar. Also da gingen ja die ganzen Geräte nicht, ne? Oder wir hatten diese Lastflussberechnung, das war eigentlich aufgebaut auf Fernschreibern. Und das hatten wir aber dann, wir hatten ja wirklich kluge Leute. Und die hatten das dann schon auf Magnetwand umgeändert. Da kam ein Fernstreifen an, dann war irgendwo was falsch. Da haben wir dann mühsam drüber geklebt und das nur einzeln gelocht als Redegierung. Oder die mussten es nochmal schicken. Und da hat man das dann so gemacht, dass wir das auf Magnetbänder eingelesen haben und dann dort korrigiert am Bildschirm. Das ging natürlich viel schneller. Und auf einmal kamen noch, was weiß ich, fünf nochmal Fernschreiber an. Die hatten wir vor Jahren bestellt, die sind nie geliefert worden. Das wurde aber auch nicht storniert. Und auf einmal kamen die an. Kein Mensch brauchte die mehr. Da haben wir gleich so verschrotten müssen. Die haben die nicht zurückgenommen. Kosteten die zigtausend, ne? Und stand bei Ihnen auch manchmal alles still? So, dadurch, dass Sie eben keinen Nachschub von irgendwas hatten? Ne, eigentlich nicht. Also unsere Diplom-Ingenieure waren die reinsten Erfinder. Die haben dann alles Mögliche. Die haben dann immer erzählt, wo ich dann Fachgebietsleiterin war, das saß ich immer mit in der Produktionsberatung. Die haben dann immer erzählt, was sie für Klimmzüge gemacht haben, damit diese Magnetbänder wieder laufen. Andere Lüfter eingebaut und andere Getriebe und was es eben gerade hier gab, das wurde eben dann eingebaut. Und weil wir halt die Ersatzteile nicht kriegten. Die waren wirklich pfiffig alle. Also lange hat es nie gestanden. Und weil wir halt die Ersatzteile nicht mehr haben, das war, das war, das war, das war, das war.